It's time for World on the Ground Wrestling. Jota, Referee, überprüft die Kontrahenten, ob sie illegale Gegenstände bei sich führen. Der hat vielleicht was können, wenn er weiß ist im Gesicht und sagt... Kampf frei! Platsch hat's gemacht und unten ist er und der vorhin kann er auch... Schöner Single-Active! Das ist einer von den modernen Zombies, ich kenn noch die alten Filme, wo die so in Zeitlupe... Der ist die Advanced Persian! Lass ihm das Hirn raus! Schöner Konter, Ansatz! Der Zombie ist zum Arbeiten und nicht zum Essen! Nicht mehr! Und gleich einen Slipper holen! Und ein Augenkratzungsstich ins Gangster, das ist ein bisschen verboten! Es hat eine weiße Finger... Mein Standardbuch, der Rückenkratzer! Mein Standardbuch, der Rückenkratzer! Mein Standardbuch, der Rückenkratzer! Schöner Konter, der Rückenkratzer! Ja, so geht's auch! Ich glaub, der hat Karate-Kippt heimlich! Karate-Kipp 8 oder was? Hat sich das per Nackert gemacht, die Kipp! Und wieder ein Lock! In den Front-Head-Lock! In den Front-Head-Lock! Ja! Uh! Mir da da zwei! Echt, du hast sowas noch! Ja, in der Mini-Version! Falkling! Kämpft wie ein Mann! Er ist ein Zombie! Bitte, wie kennst du deinen Mann? Woher soll ich das wissen? Uh! Das hat gegatscht! Euch hat das Publikum gesagt... Ich bin Powerpump-Ulter! Ein André! Ein André! Ein André und ein André dazu! Ich mein, auch das Herumsteigen eines Gegners ist zwar erlaubt, aber... Zwei! War bei der Rundung blöd! Und red mit der Rundung hab ich jetzt nicht gemeint, die Halle! Warteschläge! Ein Fisslein! Ein Würgegriff! Ein Würgegriff! Onkel Referee! Referee, da musst du anstellen! Hey! 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 Aber immerhin schicht er's wenigstens! Hey! 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 Und jetzt kommen wir gleich zu seiner Seite aus. Ich mein, prinzipiell ist auch das nicht wirklich legal, nicht wahr? Ich will jetzt nichts sagen, ich bin nicht der Referee. Prinzi, der beste Referee seit, also nicht, Ray Charles. Das war das Fifi Wander. Oh, ein Aufgabegriff. Aber das ist auch nicht illegal. Also nicht die Finger, sondern der Griff am Finger. Jeder, der Finger hat, ist so schnell. Der ist eh schon hin, der ist eh nur. Theoretisch ja, aber die Regeln haben nichts von Zombies drin. Der streit ist aber geil. Ich kann mir seit 10 Jahren kein Sekretär mehr leisten. Ja, jetzt ist das linke, ich glaub der kommt zu einem End. Flatsch hat's gemacht und unfroig da. Der Zombie feucht das Brett los. Feuerwehrtgesinnt hier verboten. Und eine Art Pipus. Ah, er zeigt seinen Finish an. Starobruno ist besser. Schöne Aktion vom Zombie. Egal ob man ihn mag oder nicht. Das war einfach schön. Das war schön schön. Das war eine super Aktion. Was? Eine Rollover. Eine Rollover. Super Aktion, Zombie. Entschuldigung, rüber abgelenkt. Zehn. 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 Ich hab' ja. Der lange Kampfverlauf. Uuuuh! Eins. Zwei. Drei. Ja! Ein Schulterblock. Kappnet, steht mir auf mein Kabel, das ist konflikt. Das ist copies desnèmeavoirs enanzrukt. Er gibt nicht mit. Nein! Aber lighten die Prozes. Mein Absatz zum SDF! Das sieht aus. Das stimmt. SDF ist meiner Finish. SANSGPT. Auch das bricht. Wo sind die Zombie-Fans? Sieger dieses Kampfes durch Hauptgabe, Schlinge! Untertitelung des ZDF, 2020